Oh mein Gott, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, Leute. Oh mein Gott. Ah yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur achten Folge, glaube ich, jetzt. Ähm, Last Team Standing. Jetzt ist jemand auf dem Server, der Sausebraus und ich weiß, wo sein Lager ist. Ja, wir wollten ja uns eigentlich noch besser ausrüsten, aber ehrlich gesagt, möchte ich jetzt in seine Nähe gehen und ihn wegklatschen. Ähm, natürlich. Ähm, so. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz hier was machen, Leute. Und zwar, das Eisen und so weiter, das möchte ich mir eigentlich aufbehalten. Ähm, ich hab leider keinen Wassereimer. Aber das ist nicht so schlimm, denn ich werde jetzt hingehen und ich werde ihn töten. Beziehungsweise, ich versuche es, ihn zu töten. Den Bogen hier nehme ich mit, meinen verzauberten Bogen, meine Pfeile nehme ich auch mit. Und vielleicht noch hier etwas Holz und dann... Oh nein, hab ich die Sachen jetzt... Die hab ich hier rein getan. Okay, perfekt. Ähm, dann bauen wir hier unsere Basis für wieder zu. Ähm, ich glaube, das hier kommt hier rein, genau. Zack, zack. Ich muss es mir einfach merken, dass es hier lang ist. Ähm, ich glaube, ich weiß, wie ich damals da gelaufen bin. Und... Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass es hier in diese Richtung hier ist. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das Ganze hier läuft. Hm? Dass das Ganze hier läuft. Ähm, zack. Gleich mal... Upsle. Gleich mal wieder was essen hier. Oh Mann, ich bin... Ich bin einfach voller Adrenalin. Ich hab einfach dermaßen Angst, dass der mich vielleicht doch kriegen könnte. Ich weiß ja nicht, wie der ausgerüstet ist. Jedoch haben wir 18 Pfeile. Äh, da hat sich wohl jemand reingegraben. Oh, das waren... Ich glaub, das waren wir sogar am Anfang. Ähm. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, hab ich mir den Weg gemerkt. Sonst ist es egal. Ich kann auch wieder mit den Koordinaten zurückgehen. Auf jeden Fall weiß ich, wo sie sind. Ähm. Und ich möchte ihn eigentlich ja ganz gerne töten. Und ich weiß, dass wir das schaffen werden. Okay, nee. Hier ist der Spawn. Das bedeutet... Erstmal was essen hier. Ich geh in diese Richtung, weil ich glaub, die sind in diese Richtung hier gelaufen. Oh Mann. Das ist... Wahrscheinlich verirre ich mich jetzt wieder. Und ich finde er einfach nicht mehr zurück. Und das ist extrem dumm, was ich mache. Aber ich möchte ihn einfach töten. Ich wünsche es mir so sehr... Ähm... Das wär einfach so geil. So geil. Und ich würde mich ja dann gerne an der Basis dort ausloggen. Und dann... Ähm... Warten. Eben bis... Wieder jemand online kommt. Und dann vernichte ich die komplette Stadt. So. Wie bin ich denn da gegangen? Ich weiß es gar nicht. Oh. Sprint Bug. So. Ähm. Hier ist eine Werkbank. Ich glaub, die haben wir damals auch gesehen. Dann haben wir das da, glaub ich, überquert. Sofern ich das noch so halbwegs im Sinne hab. Oh mein Gott. Ich hab mega Angst. Ich hab mega Angst. Und rüber da. Ähm. Ja, ich hab gerade echt sehr, 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 sehr Angst. Ähm. Die war doch hier irgendwo die Basis. Aber ich schätze einfach, wenn wir die Basis haben, dass er irgendwo, ähm, unten ist im... Oh, einer von Stadtgelb ist auch noch hier. Oh nein. Hey. Ähm. Jetzt. Jetzt wird's langsam kritisch. Oh. Er ist nur dem falschen Server gejoint. Kann auch mal passieren hier. Aber auf jeden Fall. Ich weiß doch, die hatten doch hier irgendwo ihre Basis, oder Leute? Hier war das doch irgendwo. Hm. Das ist jetzt schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Die Map ist so riesig, ne? Aber wir machen uns jetzt einfach auf den Weg. Und suchen diese Basis. Denn ich möchte ihn einfach töten. Ich hatte das sowieso vor. Hm. Was auch immer. Und ihn dann töten werde. So. Zack. Gechillt darüber. Und, ähm... Wenn wir Zucker drauf finden, dann nehmen wir natürlich gleich wieder etwas mit. Ähm... Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, wo sie sind. Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Waren sie denn nicht hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Sind die umgezogen? Kann auch sein. Ähm... Ähm... Ich könnte auch einfach in den Neta gehen. Und dann... Ist er jetzt schon wieder auf dem falschen Server? Ähm... Okay. Schon wieder. Falscher Server. Oh man. Was tut denn der denn da? Was tut denn der da? Oh man. Ich glaube, ich habe mich wieder vollkommen verlaufen hier. Jetzt finden wir mal durch Zufall die eine Basis. Und dann war keiner online. Und jetzt ist jemand online. Und ich möchte es auch noch in den 15 Minuten hier schaffen. Weil er muss ja dann aufhören. Aber er produziert vor. Und es kann sein, dass er dann einfach eine Folge aufnimmt. Und da wo ich dann... Ihm so klatschen werde. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst. Weil unser ganzes Essen ist jetzt schon weg. Das Einzige, was ich auch hoffen kann, dass er mit bei deren Basis ist. Weil es kann ja sein, dass er woanders dann war. Und das ist dann natürlich nicht so geil. Ich weiß nicht, ob ich bei dir Folge hier Facecam mache. Es passiert da eigentlich nichts Spannendes. Vielleicht binde ich sie dann im Kampf ein. Aber so... Ich sollte nämlich einfach immer näher am Mikrofon sein. Denn dann ist die Audio-Qualität auch viel, viel besser. Und klarer. Aber... Ähm... Klarer! Ähm... Aber ja. Ich gehe jetzt mal drüber. Ich glaube, die hatten auch solche Bäume. Die hatten auf jeden Fall solche Bäume. Nur ich glaube, die waren drüben auf der anderen Seite. Das ist meine Meinung, ja? Meine Meinung. Ich habe es gefunden. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Seht ihr das da vorne? Oh mein Gott. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Oh mein Gott. Wir haben 18 Pfeile. Und ein Schärfe-2-Schwert. Wir haben... Alter, stell dir vor, der hat eine Diabrus und so weiter. Die Sachen, die er nämlich looted, die dürfen wir aufsammeln. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ähm... Och man, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ähm... Wir sind auf jeden Fall da vorne. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Oh man, Leute, Leute, Leute. Das ist jetzt echt... Alter. Wie man sich hier fühlt, ne? So, hier oben gehe ich mal hin. Und hier warte ich auf ihn. Ähm... Stimmt das? Kann man das bei... Eure Brücke und euer Portal kaputt. Damit möchte ich ihn jetzt ein bisschen rausloggen. Ähm... Nein, er hat eine komplett verzauberte Rüstung. Nein. Nein, ich habe Angst, Leute. Ich habe sowas von Angst, ey. Ihr glaubt das ja gar nicht. Nein! Alter! Laber! Oh man! Oh man! Ich möchte ihn so gerne töten. Ich möchte ihn einfach nur töten. Ähm... Moment. Moment. Ähm... Moment. Ich schreibe ihn jetzt mal an. Der hat einfach eine komplett verzauberte Rüstung und ich nicht. Der hat wahrscheinlich ein OP-Schwert und so weiter. Okay, Leute. Ihr seht da jetzt wahrscheinlich kurz einen schwarzen Bildschirm. Und zwar... Ähm... Und zwar hier. Laber. Ähm... Ich gehe mal ganz kurz auf den TS von denen. Eine Sekunde. Ähm... Ähm... So. Favoriten. Hier. Auf den Fun-Bild-TS, ne? Connected. Ähm... Er ist da auch nicht oben. Das ist ziemlich kacke. Das gemerkt er. Super. Super, dass wir uns gerade angreifen wollten und PvP aus... Aus ist. So. Ähm... Ja, ich weiß. Mein Internet halt. Gut. Dann. Wohl. Kein. Kampf. So sorry, Leute. Das ist echt ein bisschen... Kacke. Was hast du? Jetzt gesagt. Ja, kann man... Dass ihr PvP anmachen sollt. Geht halt nicht, wenn er AFK ist. So. Also das war's dann wohl von dem spannenden Kampf. Ich hab mir umsonst irgendwelche Sorgen hier gemacht. Er geht immer gleich ins Wasser. Er geht immer gleich ins Wasser. Das ist so gemein hier. Aber ich... Ich bekomm den schon noch doch, ne? Ja, jetzt geht er nicht mehr aus dem Wasser raus, ne? Jetzt geht er hier nicht mehr raus. Ich zähne ihn einfach ständig an. Ja, du wirst das nicht überleben. Ich möchte dich töten. Ach, Mann. Ähm. Oh, wieso haben die eine eisene Pferderüstung? Ist meine Nachricht nicht schön? Ach, Mann, Leute. Das hier ist alles so chaotisch. Ich nehm... ... bisschen... ... Bambus mit. Okay? Ach, doch. Ihr habt zu viel. So. Das nehm ich mir hier einfach mal mit. Das passt schon. Ähm. Das hier flickig. Ihr seht, weil ich ja so super, super nett bin. So. Gut dann. Ciao. So. Wir gehen jetzt dann einfach mal. Und ich weiß, dass er mich verfolgen wird. Ich weiß das einfach. Zumindest weiß ich jetzt den Weg. Ich versuche zumindest wieder jetzt nach Hause zu finden. Nach Hause. Ich hoffe einfach nicht, dass er mich jetzt verfolgt, sonst weiß er auch noch, wo ich wohne. Und ich habe immer schon die Koordinaten versteckt. Nein, 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 nein. Er darf das nicht. Er darf das nicht. Nein, nein, nein. Aber wenigstens haben wir jetzt noch ein bisschen Bambus hier bekommen. Und ich weiß, dass er irgendwie uns verfolgen möchte. Ich weiß das doch. Nein. Ich weiß das doch. Okay, ich muss jetzt schnell nach Hause. Ich gucke jetzt ganz schnell, wie spät es ist. Ähm, 17.53. Ähm, wann habe ich das in die Aufnahme-Konfig geschrieben? Ähm, 17.38. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, Leute. Dann war es das von der Folge hier. Den Zombie hier. Oh, ich wollte mir jetzt so einen schönen Headshot verpassen. Ja, Leute. Dann war es das hier von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Liken und bewerten nicht vergessen. Konstruktive Kritik in die Kommentare. Und Leute. Ich weiß, ihr seid ganz, ganz nett. Aber ihr braucht mir auch nicht irgendwie PNs zu schämen, wie Oh, es tut mir voll leid, ähm, dass du zum Beispiel jemanden hast, der dich hatet. Leute. Oder beziehungsweise derjenige, der mich hatet. Der geht mir so am Arsch vorbei. Ich denke mir, der ist mein Klopapier, mit dem ich jeden Tag meine Schraube. Scheiße vom Arsch wische. Ganz ehrlich. Die Leute, die, ähm, haben für mich kein Niveau. Ähm, wenn die, ähm, Sachen haten müssen, wo ganz, ganz viel, ähm, wie soll ich sagen, wo ganz, ganz viel Energie dann entsteckt. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war's. Haut rein und ciao. Tschüss.